Dass das Gute aus der Region kommt, dass bei uns die Energie immer nachwächst und dass Ehrlichkeit so richtig gut schmeckt. Das geht nur dort, wo sich wer drum kümmert. Verlass die drauf auf Niederösterreichs Bauern und eine Kammer. Für viele Menschen sind die Leistungen in der Landwirtschaft, ob es die Energie oder auch die Ernährung, ob es die Umwelt ist, eine Selbstverständlichkeit. Sie wissen aber immer weniger, wie diese Leistungen zustande kommen, wie letztendlich unsere Teller gefüllt werden. Und wir wollen diesen Spagat zwischen Bäuerinnen und Bauern und der Gesellschaft wieder schließen und auf diese Leistungen aufmerksam machen. Die niederösterreichischen Bäuerinnen und Bauern leisten wertvolle Dienste in der Land- und Forstwirtschaft. Fast jeder Zweite ist bei uns Mitglied im Maschinenring. Deshalb ist es uns im Maschinenring Niederösterreich ein großes Anliegen, diese Kampagne der Landwirtschaftskammer Niederösterreich zu unterstützen. Wir unterstützen die Kampagne Verluste darauf sehr, sehr gerne, weil damit auch der Nutzen für unsere Bäuerinnen und Bauern voll zum Tragen kommt, ihre Produkte in der Region an den Konsumenten zu bringen. Und das ist glaube ich für den Konsumenten auch besonders wichtig, dass er weiß, wenn er heimische Produkte kauft, trägt er eigentlich auch seinen Teil zum Klimaschutz bei. Und das ist in der heutigen Zeit aktueller denn je. In der Landwirtschaft ist es wie mit einer Versicherung. Die Kunden vertrauen auf Sicherheit, Verlässlichkeit und Handschlagqualität. Das ist, was uns verbindet. Unser Ziel ist es, und ich glaube auch hier darf ich diese hervorragende Partnerschaft mit der Landwirtschaftskammer, aber auch mit den Bäuerinnen und Bauern hervorheben, geht es darum, dass wir in einer Sprache sprechen. Dass wir eine Botschaft vor allem verständlich und ganz klar für die Kunden absetzen. Das Schöne an dieser Partnerschaft ist, dass es eine Partnerschaft auf Augenhöhe ist, von der beide Seiten sehr profitieren. Und es ist eine total verlässliche Partnerschaft. Und da will die Landwirtschaftskammer der starke Partner auch in Zukunft sein. Hier können sich unsere Bauern auf die Landwirtschaftskammer Niederösterreich verlassen. Dass es den Tieren wirklich gut geht. Dass wir in Zukunft noch mehr auf Holz bauen. Dass der Boden fruchtbar bleibt. Das geht nur dort, wo sich wer drum kümmert. Verlass die drauf. Auf Niederösterreichs Bauern und eine Kammer.